her hey Leute willkommen zur nächsten Folge Luke City herzlich willkommen auch LukaD der dabei ist oh das System ist dauernd warum weil zu viel Strom angeschlossen ist nein das System ist nicht dauernd dass du irgendwas angeschlossen hast ja dann lasst du ja deshalb konnte ich gar nicht auf das System zugreifen ja ihr seht schon ich habe ja einiges gemacht ich habe fünf in den Action Furnace angeschlossen die Glas produzieren werden für uns und äh ja es sind schon ein paar Leute online im Stream wir brauchen aktuell noch 8 Follower bis zu den 700 das ist doch gar nicht wie für die letzten Aufnahme oder wie am Ende der letzten Aufnahme gut ähm ja wenn wir natürlich sehen möchten wo die Folge dann kommt er so unter hier vorbei schauen bei YouTube auf dem Handy sieht man sein eigenes nicht echt nicht okay und Baum daneben nicht also was machen wir denn noch für ein Solarpanel das hier kann ja automatisch produziert werden bereits die Generator und da machen wir dann die RE-Batterie noch dazu und ich glaube Tin-Item-Casings können wir schon bestellen oder ne können wir nicht wir haben dann Tin-Item-Casings gemacht wir haben Tin-Platten nochmal holt gut Template und dann holen wir noch so ein Ding na wenn es einfach na kommt Tin-Tin-Tin-Is-Tin und dann machen wir das hier auch ne ich glaube da kommen ja zwei raus genau und dann machen wir das so im Code und dann nennen wir es in den fünften hier rein das müsste der hier sein hier kommt das rein dann zahne der ist auf der Rolling Stufe so das hier so bin jetzt da aha hallo Samida schön dass ihr jetzt auch mit dabei bist schön dass ihr jetzt auch mit dabei bist da musst du auch hier gleich noch schnell voten und auch die anderen die euch gewotet haben wir sind auf Platz 40 in Neustand wir kommen immer weiter nach vorne oh wir haben ja lucky Bögen da da gut Generator das ist ja kein Problem das Zeug alle Plätze können ja bestellen mittlerweile glaube ich na gut dann eh noch genug aber ich mache jetzt immer schon ein paar Rezepte so gut so laut hier ich glaube das ist auch kein Problem mehr das kann nicht funktionieren jetzt übrigens und dort kommt vorher auch noch mal und ich weiß nicht nur ein Bruder Gott schreit wird außen ich bin ja ich werde auch zum liebsten uns klatschen ganz schön klatschen klatschen aber ich möchte brauchen es wird auch was aufgefahren ja noch keine Kotsche Robo Verarbeitung m und das ist kein Fakt es ist kein Fakt wenn man dort auf die Strasse das ist eine globale Liste und so weiter was seine globale Liste nur das mit dem Stream Zeug mit dem Stream Voting was soll man wissen dass da sind auch offizielle Streamer drin du musst einen Account verifizieren das ist ja nichts und und da ist zum Beispiel auch eben Syndicate, Schallendorfel, Paluten, Spark, alles sind da drin die haben alle ihren Account registriert und wie viel Platz haben die überhaupt denn ich finde es nicht viel besser und sich im Moment so und es ist nicht möglich ich klicke man drauf so schnell so wir haben 47 Wurz auch wenn das heißt es hat niemand von euch gewohnt du solltest du drauf also wir sind auf in Deutschland auf Platz 40 und wenn dort wo sie jetzt die ganze Deutschland ist es auch von denen die Offen sind wie sehe ich das na egal oder Top 100 Platz 1 ist Kitty Plays Games ok ok wir sind global es ist nicht so richtig aber läuft schon oh ich muss schon bei Google Clicker schauen ich bin ich bin ich habe jetzt mal jetzt nicht so zu machen wenn ich auf die für es ist egal ok dass gut geht schweig viel Spaß im Urlaub und auch natürlich auch in Urlaub wie gesagt und Hopo Yano Hallo wir konnten so schön die Frau ich habe sie nicht genommen und hat ja so sehr ein System mit Anlass in die Welt für Köln was hast du für eine Maus und Schützluss Siemens Kabel irgendwas so eine Kabelmaus für altmodisch und die Klaus nicht das für ich meine nach Hause ist hier am Alten also ein zweites Stück und an die Star achten Leute an die Star Achtung Achtung also in der Runde bestraft werden wenn ich jetzt mal entgegen die Welt kriegt was wenn ich beschraft wenn man nach Hause 6 sind Prozent bestraft sich wahrscheinlich noch ja klar du hast ja das den anderen Teil des Mee-Systems hier bei dir und sich aber nicht genommen aus und ich bestraft wird nichts er aber der Scheißdorfer wird wahrscheinlich immer so oft besorgt haben wir wieder aufgrund der Prozessor Kupferkabel auch ein Kupferkabel und auch in allen Plätzen es geht mit Schiffglick nicht hier es ist ja eine neue Platte nicht installiert dazu und nicht in Schandt bei mir kann ich nicht machen das war so ein bisschen ist ein dazu auf einmal ein bisschen mehr oder nicht kannst du dich getrennt da sind sie nicht mehr vor allem nicht nur von dort ist genommen erster dass der Mann der neuen Band hat ist um das und das ist das ist so und zu richtig ach hier sind die ganzen Sachen hier sollte eine ganze Lippen ob es sein zu wenigstens nahm ihn ja auch alle als alt und bei dir drin ich nehme mal raus bei der Welt gekommen sind auch dass man mit sie gleich abschmieren zu so auf den Verbrückten sind es ist aktuell so zu machen es ist nicht verpackt mit der Scheiß Dingern so was wir haben ja schon alles auch noch den Generator die Wochen allen Führungs das heißt es ist normal für uns Rezept und so zu tun ist Führung ist und war es sein ganzer ob es sind sie in Diamantkisten verteilt weil wir so auch solch passend sind wieder auf der Erde Mon Mon die Kunde sind aber wo muss da man in die Mordwissen zählen er kann auch noch mal die neue Priorität auch schon nicht da ist immer so viel zu tun st zu hoch hallo prägen dazu kommen sieben jetzt kommen die Leute das war für uns erstens für uns nur so jetzt haben wir noch ein Modus in sie die Konzepte behalten es kann ich eine Rolle das eine Alte aber in der Nähe nicht das war ich kann das verdoppeln war schuld und zieht und können gut bestellen ein ein doch können ein an einem Land zu den Robo nein nein unter welchem an einer Poucher soll ich ja nicht was in die Luft in New York die Serie deaktiviert ich hab gleich trotzdem was dann in die Luft ich muss ja nicht damit machen so gut zu wissen was er doch immer ein Leonhard und ich hoffe auf dem Servo nein hier ist man in der Pause der erste was andere in der Scheiß Kistenalter dort wo ist die Führung zu tun ist es kunden Leute zu sehen wegen der Einschränkungen es wird auch noch nicht in den Sekunden allein ich hier was in die Luft wo kommen jetzt herauf denn das war eine Art nicht braucht ihr nicht nein wir haben wir mal einen Namen der ist besser wenn du die vorliegten kann ich auch nichts machen dürfte ich habe ihn als am ehemalige System reingetan aussehen und schon waren die auf einmal weg weil ich mich an mir ich habe mir auch nicht zählert es ist ein bisschen los er ist keiner ich bin nicht da muss uns in der Sonstitut bei mir hin zu sein keine Ahnung sind zu regal 3 2 1 was sich das du machst so geht das nicht alter abdicht getroffen ich bin das so ein Ziel das war dein Ziel mich zu treffen nein das war jetzt nicht das Ziel aber das Ziel war eigentlich etwas in die Luft zu sprengen und das tue ich jetzt auch alter und hey das machst du nicht 3 2 1 bumm das war doch süss jetzt habe ich auf einmal 65 Mops Zentimeter ja der bestimmt gegeben aber ich den nicht haben wollte gut Leute auch ich hört es an wir sehen uns in der nächsten Folge macht's gut bis dann bye bye ja 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 Bis zum nächsten Mal.